Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Und zwar heute zur Lego Star Wars 75074, dem Snowspeeder von 2015 aus der Microfighter Series 2. Dieses Set wurde Anfang 2015 rausgebracht und Ende 2016 wieder vom Markt genommen. Und es ist eines dieser Sets, das ich als Jugendlicher unbedingt haben wollte. Und deshalb ist es jetzt auch schon die sieben Jahre in meinem Besitz. Das stand einfach nur aus einer Zeit, wo Snowspeeder noch etwas Besonderes waren und sich wirklich die meisten Leute über den Preis aufgeregt haben, der hier als unverbindliche Preisempfehlung 9,99 Euro betragen hat für die 97 Teile. Wenn wir nur in die Zukunft hätten schauen können. Die Box hatte leider damals schon neu etwas abbekommen, aber was will man machen? Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, ist das so eine typische Microfighter Box. Also da ist nichts allzu besonderes, außer hinten eben noch die Werbung für die anderen Sets. Und wir sehen schon, es gibt Statshooter. Und über die hat man sich damals noch gefreut, weil die haben sich dann auf das Fahrzeug beschränkt und die Figuren hatten noch einen ganz normalen Blaster in der Hand. Das hat sich ja mit der Zeit dann leider auch geändert. Wenn wir uns dann die Anleitung anschauen, ist das auch eine typische Microfighters Anleitung und eben auch eine typische Lego Anleitung. Hat eine ordentliche Papierqualität, ist Klammer gebunden und hat insgesamt 27 Seiten und 18 Bauschritte und war wirklich super einfach. Also die 97 Teile hier zusammenzustecken dauert nicht lange und das bekommt jedes Kind hin. Hier haben wir dann auch nochmal die Teileliste. Hier könnt ihr das Video gerne anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Und dann kommen wir mal zum wichtigen Teil dieses Sets und zwar natürlich den Steinen. Und die Figur nehme ich mal raus. Die schauen wir uns gleich noch gesondert an. Und der Snowspeeder an sich gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sehr cool finde ich diese Teile hier eingesetzt, um eben diese Optik hinzubekommen. Und auch von der hinteren Ansicht sieht er meines Erachtens echt cool aus. Man muss natürlich immer bei diesen Microfighters sehen, es sind eben nur Microfighters Sets. Es sind nur wenige Teile und ist natürlich nicht hundertprozentig originalgetreu zum Film. Damit muss man aber eben in dieser Größenkategorie, in diesem Maßstab und für diesen Preis auch mal leben können. Und ja, als Kind habe ich sogar noch die Sticker aufgeklebt. Und ihr seht, die Wendung kommt, besonders wenn ihr Füchse seid und schon in der Teilliste gesehen habt, das ist kein Sticker. Dieses Teil hier ist ein Print. Er ist zwar sehr schief und nicht gerade mittig auf dem Teil, aber es ist ein Print. Warum nicht? Also lieber habe ich das Schief da drauf geprintet, als wenn ich es selber mit einem Sticker schief draufklebe. Und deshalb sieht der Print eben auch noch so hervorragend aus. Ein Sticker hätte wahrscheinlich die Zeit mit mir nicht so lange überlebt. Was mir auch als Kind sehr gefallen hat, waren diese schwarztransparenten Steinchen hier. Die haben dem Ganzen immer eine coole Optik gegeben, meines Erachtens. Und wenn wir genau hinschauen, sehen wir auch mal wieder, dass Lego wahrscheinlich ein bisschen beige übrig hatte und das hier nochmal im Snowspeeder mit versteckt hat. Aber auch hier, wenn wir gewusst hätten, was noch alles von Lego kommt an Farbsäuche, hätten wir uns darüber nicht aufgeregt. Von unten ist er dafür auch wieder komplett farblich entspannt. Und wir sehen auch hier diese Befestigung mit den einzelnen Stufen, das heißt, das wobbelt hier nicht dran rum, sondern ist wirklich schön fest. Also mit diesem Speeder kann man auch hervorragend spielen, hier fällt nichts ab. Und ich meine, der Speeder ist nun mal zum Spielen. Dazu gehört dann natürlich auch eine Minifigur und die ist ein besonderes Highlight. Es ist zwar nur, in Anführungsstrichen, ein normaler Snowspeeder-Pilot, aber die Prints sind super schön. Einmal auf der Brust, auf den Beinen. Der Helm ist meines Erachtens ein besonderes Highlight. Wir haben hier vorne die Prints und hier sogar noch so ganz kleine Prints drauf. Und auf dem Rücken ist er natürlich auch beprintet. Dann haben wir einmal dieses freudige Gesicht. Und wem das ein bisschen zu lustig ist für eine Kampfszene, der kann natürlich das Ganze abnehmen und wendet den Kopf zu diesem, ich würde mal sagen, besorgten, ängstlichen Gesicht. Ebenfalls fällt auf, wir haben hier kein Visier am Helm, sondern dieses orange Visier ist direkt auf die Figur geprintet. Und dann kann man die Figur natürlich noch in den Snowspeeder setzen, obwohl setzen hier das falsche Wort ist. Wie ihr es nämlich schon gesehen habt, kann man sie hier nur reinstellen. Ich finde, das ist dann optisch ein bisschen ausbaufähig. Aber es ist eben ein Microfighter und da reicht es von der Optik auch vollkommen, wenn sie drin steht. Und als Hauptspielfunktion haben wir natürlich die Stud-Shooter. Ja, ich weiß, absolut aufregend. Hoffentlich haben eure Kinder alle die Schutzbrillen dabei. Alles in allem muss ich natürlich sagen, es ist wirklich ein cooles Set. Auch wenn da vielleicht ein bisschen die Jugend-Nostralgie mit rein spielt. Aber ich hatte als Jugendlicher sehr viel Spaß mit diesem Set und habe das auch jetzt nochmal gehabt, als ich es nochmal aus dem Schrank geholt habe. Und es mir für diese Review nochmal zur Gemüte geführt hat. Für diese Zeit war es ein richtig tolles Set und ein Set, was 2015 toll war, ist auch heute auf jeden Fall noch in der oberen Liga dabei. Einmal die Minifigur und ihr Helm sind für mich ein Highlight aus diesem Set, genauso wie die seltene Spezies von geprinteten Teilen. Und dafür sind 9,99 Euro, die man damals bezahlt hat, echt in Ordnung. Jetzt geht das Ganze je nach Zustand eher Richtung 20 bis noch viel mehr Euro. Da muss man dann schon ein großer Fan sein, um sich das Ganze zu kaufen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt doch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag, haut rein, genießt die Sonne, euer Valleybrick.